Do you two know the way? I... I came... So... Silent, but deadly... Silent, but... We can move out? Hm? Okay! Gehen wir dahin? Hello? Ah, hier, mach mal die Tür auf, okay. Links bewegen, bitte. Danke schön. Hey, Silent, but deadly! Shout, if you see any danger, okay? Don't think just because you know a move or two... There's supposed to be... Somebody use them. I'm a... I told you... Control panel... Is that... Let me see you. Okay... Eh... Ich komme nicht einfach so durch. Steuergerät. Namens bewegen. Okay, gehen. Jetzt muss das passen. Jetzt kommen wir hier durch. Jetzt können wir hoch. Wir müssen hier angreifen, leider. You won't get away. That'll take more than medicine. Nap time. Oh, mein turn! Wieder voll vergessen. Let's go! Ich mag die sein halt nicht. Ich mag das nicht, wenn die sich heilen. Die sollen einfach mehr Leben haben. Ich freue mich nicht mehr, wenn die sterben. Und dann kommen die wieder zurück. Ich habe etwas für dich. Das ist unsere Chance. Weg mit euch! Dreckswischer! So, Steuergerät nach rechts bewege. Jetzt komme ich da durch, okay. Gehen. So, einmal so angreifen. Dann nicht schnell sterben. Aaaaah. Zack. Weißlanggriff. Wundermal. Wundermal. Und, gone. Du kannst schnell besiegen. Der geht mir jetzt schon auf den Sack. Ja, tolles Kind mir ja gar nichts. Ich komme ihm wieder zurück. Ja. Ich bin dran. Ich bin dran. Das war's gut. Wieso gibt uns Heil? Hm. Just a little something. Think nothing nothing. I'm obliged. Yeah, I have something for you. Ja okay wir haben es verstanden. Schon stark? So einmal verteidigen bevor sie stirbt. Hier. Let's go. Rules are made to be broken. Petzleangriff. Immortality is forever. Petzleangriff. Undeangriff. 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 Starke Gegner. Starke Gegner. Gut dass ihr bald weiter leveln könnt. Oh was ist denn das? Dreht den Kompass um die Himmelsachse der inneren und äußeren Ringe in derselben Richtung auszurichten. Die hellen astralen Markierungen auf dem Kompass zeigen an um wieviel Grad sich der Kompassring drehen kann. Eine helle astralen Markierung bedeutet zum Beispiel eine Drehung von 60 Grad pro Umdrehung. Okay. Aha. Okay. Wechseln. Drehen. So jetzt. Achso das muss da hin. Wechseln. Drehen. Wechseln. Drehen. Easy. Ich dachte das war irgendwas Schwieriges. Und vielleicht das GIF sagen die. Das ist das Schiff zu sagen. Herausforderung abgeschlossen. Let's go. Haben wir das jetzt abgeschlossen oder was los? Ich glaube schon. Aber wir schauen mal. Okay wir hatten es abgeschlossen gehabt. Das ist jetzt was anderes. Das machen wir dann nächstes Jahr.